hallo hier ist das die DAX Analyse für Montag den 6.3.2023 und unsere Schildkröte die am Freitag ein bisschen fest oder am Donnerstag viel mehr Press gehangen hatte hat sich zum Freitag jetzt hier gut auf die Startlinie geschoben allerdings nicht auf die Startlinie für die SKS das muss man ganz klar sagen also das ist zeitlich ohnehin schon mehr als sinnfällig hier das ist schon auch deutlich überreizt haben wir jetzt die letzte mal auch schon drüber gesprochen und jetzt geht unser DAX tatsächlich hier auf den Kopf los will der Schulter-Kopf-Schulter-Formation den Kopf abbeißen was demzufolge natürlich dann auch ein unwirksam werden dieser Formation zur Folge hätte der eine oder andere hat es bestimmt noch im Ohr gehabt Freitag 6 von 10 die enden oben am Tageshoch haben es letzte Woche besonders betont danach gab es einen riesen Klatsch in der Regel haben wir einen so ein Freitag der man richtig abschmiert ein paar die zur Seite gehen aber die Mehrheit steigt halt einfach ganz durch war zumindest erfreut dass doch der ein oder andere sich daran erinnert hat nicht erfreut war man war ich über diejenigen die alle Short gegen geschlagen haben weil wir hatten das auch so im Prinzip letztendlich gesagt wenn er abdreht und direkt nach unten Stress macht und direkt wieder umkippt dann könnte er hier versuchen auch so eine zweite Welle rauszuziehen aber alles andere wird ihn eher hier oben in die Bereiche und auch 5,70, 600 und sogar höher treiben können ich hätte gar nicht gedacht dass es zum Freitag sogar so hoch schon kommt aber es ist auf jeden Fall positiv zu werten es ist ein ordentlicher Kleideradarch direkt vom Tiefeg haben wir letzte Woche auch noch mal also für die Analyse für den Freitag noch mal extra betont gehabt dass damit so und so ein Reset jetzt erstmal für das Pattern erfolgt das ist möglicher Abschluss gewesen hier mit dem neuen Tief das heißt oben raus kann er sich jetzt neu entfalten neue Bewegungen rausziehen und es sieht auch momentan erstmal sehr gut aus man muss aber auch vorsichtig sein momentan sieht sehr gut aus es ist nicht das erste mal dass wir an der oberen Rangekante stehen und es nach Ausbruch riecht aussieht und so weiter und so fort und er dann doch den Puck macht deswegen wäre ich vorsichtig am Montag wenn er uns schon unter 600 abklappt ich glaube dann wäre ich schon etwas sensibler oder vorsichtiger würde mir sehr genau anschauen wie ein Rücklauf runterkommt dreht er sich nämlich im Bereich um 5,70, 5,50 einfach wieder hoch kann er kann er kann er direkt frontal auf die 7,50, 7,80 durchgehen fällt er aber auch da noch drunter dann fliegt es fast schon wieder nah dass er einfach wieder mittig in die Range zurückfällt und das kann im Zweifel dann sogar bedeuten dass er am Montag schon wieder Richtung 400, 3,80 fällt also es wäre gar nicht mal so ungewöhnlich weil die Range ist erst aufgelöst wenn der Kopf hier auch abgebissen ist und der Markt halt auch wirklich draußen ist und solange das erstmal noch nicht ist dann finden wir uns noch im Seitwärtspattern und der muss halt dann auch raus so wie unten nicht rausgekommen ist es ja bisher oben auch nicht rausgekommen aber das sieht schon sehr gut aus also würde mich schon fast wundern wenn das jetzt wieder vermasselt dennoch wäre ich vorsichtig würde einfach unterhalb von 600 long bisschen zurückfahren vielleicht ein bisschen piano machen mir 5,50, 5,50 hier ganz genau angucken dann dreht er hier dann wieder einfach auf drückt hier grüne kerzen nach oben dann direkt wieder noch rein und dann Richtung 7,50, 7,80 handeln hätte ich keinen schmerz mit darüber ist dann die 900 bis 940 interessant 19 bis 940 ist die nächste zone darüber ja und ansonsten wird es dann oben eigentlich eher dünner mit Bewegungszielen auch wenn wir aus Tagesperspektive gucken haben wir hier oben dann echt nicht mehr Fülle bis zum Allzeithoch was dann hier kommt im Bereich um 2,45 2,85 16.000 knapp drüber dass dann tatsächlich der nächste Bereich wenn unser DAX hier weiter durchklackert wenn er hier weiter im Modus bleibt dass das Seitwärtsmuster nach oben auflöst muss man es als Trendfortsetzungsmuster werten und demzufolge dann auch bei Tagesstoßkursen außer oder oberhalb des Bollinger Bahns hier wieder den Trendfortsetzungen dann einen Plan ja heißt eben für diejenigen die ihr fett short gegen geballert haben am Freitag auch am Montag Dienstag dann könnt genauso enden halt wie das was am Freitag war also da würde ich einfach nicht gegen die Stärke gegen ballern das macht man aber grundsätzlich nicht in der wir haben Spaß daran haben weil es auch oft funktioniert obwohl immer alle sagen macht's doch nicht macht's doch nicht macht's doch nicht naja aber die Quittung die kommt dann halt in so einem Trend und dann verlieren die Leute in der Regel überproportional und die schöne große Strecke sind immer nicht mit dabei so also das soweit die obere Perspektive die untere Perspektive hatten wir aber trotzdem besprochen die gehört immer dazu es gehören immer beide Seiten mit dazu zu betrachten es ist niemals eine bullische oder eine bärische Analyse nein wir versuchen immer neutral also bewerten wo sind die Risiken auf der Oberseite und auf der Unterseite habt ihr wahrgenommen dass vielleicht das eine höher klingt als das andere kann das nur daran liegen dass wir zum Beispiel mehr über ein bestimmtes Szenario gesprochen haben als über ein anderes weil ich einfach glaube dass ich euch da mehr darauf vorbereiten muss weil das für die meisten schwieriger zu handeln ist heißt aber nicht dass es eine erhöhtere Wahrscheinlichkeit hat ja das fällt immer mal wieder vielen schwer oder bringt Missverständnisse zu Tage wo ich dann da sitze und mir denke was erzählen was will er denn von mir jetzt also grundsätzlich der DAX in der Seitwärtsspanne kippte uns unter 600 ab Risiko nach unten einplanen extrem sogar 400 380 relativ schnell wieder erreichbar wenn es sich jetzt direkt hier fette roten Schuttenkerzen wirft und er kippt sich nach unten ansonsten alles was wieder nach oben aufdreht kleine flache rücksetzer Flaggen dreiecke alles was wir so sehen untertäglich was oberhalb von 15 75 stattfindet und nach oben aus würde ich immer long probieren ja und dann eben auf 57 87 19 hentraden ok mehr kann ich so nicht mitgeben seid vernünftig tradet das was ihr seht tradet nicht das was ihr glaubt steht nicht euch selbst im weg steht nicht eurem euren ich sag mal nachrichtinterpretation im weg sondern handelt wirklich das was ihr seht und dann sollte hier eigentlich auch nichts schief gehen also ich wünsche euch spaß gutes gelingen viel erfolg und dann bis morgen tschüss